Wir präsentieren Ihnen heute Mark Schulman. Mein Name ist Werner Kreutz. Oh, ich meine, mein Name ist Mark Schulman. Alles klar, Baby. Ich denke, dass es wichtig ist, und wenn ich ein Kind oder ein Beginner Drummer war, oder ein Beginner Professionals Drummer, und ich hatte die Möglichkeit, zu sehen jemanden wie ich in einer kleinen Stadt wie dieser Stadt, ich würde einfach denken, dass es die coolste Sache ist. Also, ich denke, wie es andere Menschen wird, und was ich für sie machen kann. Und nicht zu sagen, Sie sind mein Freund, und Sie wollen mich zu kommen. Und es ist wirklich wichtig, denn Sie sind eine Rolle-Modelle für die Drümmers in dieser Community. Und Sie representen viel zu ihnen. Und so für Sie, die Leute wie ich und ich, Steve Smith und die anderen Leute, Sie sind hier, Sie machen diese großartige Service. So, wenn Sie mich fragen, was Sie, ich werde sagen? Nein? Sie denken, ich werde sagen, nein, zu diesem Mann? Was ist das? Was ist das? Das heißt, es heißt, es heißt, Wir haben eine Rolle-Drumm-Throne. Das heißt, es heißt, es heißt, die Person auf der Seite ist King oder Queen. Wir sind beide Lehrer, wir sind beide Leute, die möchten zu performen Community Service, und es ist consistent mit dem wir wollen, und mit dem Message wir wollen, dass wir wollen. Ich kann nicht mit der Stelle sprechen, wenn ich mit Pink aufrufe, weil es ist sie. Ich bin da, sie zu sein. Hier, ich bin da, sie zu sein, die kleine Zuschauer, die Leute, und ich kann sie, sie zu geben, uns insights. Und ich liebe das. Es ist fantastisch. Musik Applaus 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 Especially because she's pregnant but the relationship really requires a lot of nurturing and we also have an agreement that we're not going to be apart for more than a month and she's about to leave and we'll be apart for a month and she's six months pregnant so I'll let you know how that goes. So as a drummer I've learned that every note counts. As a cancer survivor I've realized that every moment counts. Everything you say, anything you do matters. Because I don't want you to have to lose a ball or an arm or a breast to remember that all of these goddamn moments are precious. Everybody with me? So as an award I'm going to play a song with a lot of girls. I'm going to play a song with a lot of girls. I'm going to play a song with a lot of girls. Thank you. Untertitelung des ZDF, 2020